Die rote China-Birke oder chinesische Birke ist ein kleiner Laubbaum aus der Gattung der Birken in der Familie der Birkengewächse. Das Verbreitungsgebiet liegt in mehreren Provinzen von China. Beschreibung Die rote China-Birke ist ein 10 bis 20 hoher Baum mit lockerer, breit kegelförmiger, unregelmäßiger Krone, weißlich-rosa bis roto-rindschwerbiger, meist weißbereifter und in großen, dünnen Fetzen abholender Rinde. Die Triebe sind anfangs drüsig behaart, verkahlen jedoch später und werden braun. Die Blätter sind eiförmig bis länglich eiförmig, 3 bis 8 cm lang und 2 bis 5 cm breit mit meist abgerundeter Basis, lang zugespitztem Ende und unregelmäßig doppelt gesägtem Rand. Je Blatt werden 10 bis 14 Nervenpaare gebildet, die bei jungen Blättern auf der Blattunterseite behaart sind. Der Blattstiel ist 0,6 bis 2 cm lang, die Herbstfarbung ist gelb. Als weibliche Blütenstände werden meist einzeln stehende, 2 bis 4 cm lange, zylinderisch eiförmige Kätzchen gebildet. Die Fruchtschuppen sind kahl, die Seitenlappen abstehend und viel kürzer als der Mittellappen. Die Früchte sind eiförmige, 2 bis 3 mm große Nüsschen mit heutigen Flügeln. Die Art blüht von Mai bis Juni. Die Früchte reifen von Juli bis August. Verbreitung und Ökologie Das Verbreitungsgebiet liegt in den chinesischen Provinzen Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Ningxie, Kuhinghai, Shaengsei, Shaengxi und Sichuan. Dort wächst sie in Artnamenwäldern und Gehölzgruppen der gemäßigten Zone in Höhen von 1.000 bis 3.400 m ü. NN auf trockenen bis frischen, sauren bis schwach alkalischen, sandig-humosen Böden an sonnigen Standorten. Die Art ist frostart. Systematik und Forschungsgeschichte Die rote China-Birke ist eine Art aus der Gattung der Birken in der Familie der Birkengewächse. Die Erstbeschreibung erfolgte 1899 durch Isaac Henry Burkill im Journal of the Lin Society, Botanii, London. Es werden zwei Varietäten unterschieden, Betula albosinensis VAR, sie nennen es die Typosat. Betula albosinensis VAR, septentrionalis mit höherem Wuchs, dunklerer und stumpferer Rinde, stärker drüsigen Jungtrieben, länglicheren Blättern und seidig behaarten Adern auf der Blattunterseite. Sie wird häufiger in Kultur verwendet als die Typosat. Punkt. Verwendung Das harte und dichte Holz mit dem rosafarbenen bis rötlich-braunen Kernholz wird für zahlreiche Zwecke genutzt. Die Art wird aufgrund der bemerkenswerten Herbstfarbung häufig als Zierbaum verwendet. Nachweise Literatur Andreas Ruloff Andreas Bertels Flora der Gehölze Ulmer, Stuttgart 2008 ISBN 978-38001-56146 S. 136-137 Punkt. W. U. Tseng Yi, Peter H., Raven, Flora of China Volume 4 Psycho-Doshe-Ethru-Fegesee Science Press Missouri Botanical Garden Press Beijing St. Louis 1999 ISBN 0-915-279-7-0-3 S. 309-te Schütt-Schuck Stimm-Lexikon der Baum- und Straucharten Nikol, Hamburg 2002 ISBN 3-933-203-538-S 66. Einzelnachweise deutscher Name nach Schütt-Teal Lexikon der Baum- und Straucharten S. 66. Der deutsche Name chinesische Birke wird in Schütt-Teal Lexikon der Baum- und Straucharten S. 66 und Rolofial Flora der Gehölze S. 136-137 angegeben, kann aber zur Verwechslung mit Betulachinensis führen. A. B. C. Derolofial Flora der Gehölze S. 136-137 A. B. C. Ligo-Fu Nann Li Thomas S. Ilias Robert R. Mil Betula albosinensis In W. U. Tseng Yi Peter H. Raven Flora of China Volume 4 Psychodoshethru Fegesee Science Press Missouri Botanical Garden Press Beijing St. Louis 1999 ISBN 0-915-279-703-S309-T Betula albosinensis In Germ Plasma Resources Information Network United States Department of Agriculture Abgerufen am 28. Dezember 2011 E&B Fegesee K. K. D